Leute, der October, auf den wir uns alle gefreut haben, hat ja anfangs nicht so überzeugt, oder? Die ersten zwei Wochen ging es einfach nur weiter bergab. Wir haben die Gewinne des Vormonats wieder abgegeben und ganz kurz sogar wieder unseren alten Bekannten, die 58.000 Dollar Marke, wieder gesehen. Tja, seitdem sieht es aber wieder bedeutend besser aus. Vor allem die Wale haben die Gunst der Stunde genutzt und den kurzen Dip unter 60k sofort wieder aufgekauft. Den Kurs kurzfristig sogar auf ca. 66.000 Dollar getrieben und jetzt sieht es so aus, als wäre der October doch noch nicht gelaufen. Naja, so überraschend war der Verlauf jetzt auch nicht wirklich, oder? Ich denke, viele waren einfach zu euphorisch, was die massenhaft guten News und vor allem die Saisonalität angeht. Die Mehrheit hat erwartet, dass es im Oktober direkt abgeht. Und ja, wir wissen ja, dass in der Börse und vor allem bei Bitcoin meistens genau das Gegenteil von dem passiert, was die Masse denkt. Tja, und da sind wir eigentlich auch schon bei einem wichtigen Punkt, der mir zurzeit extrem auffällt. Und zwar glaube ich, dass viele gerade neue Bitcoiner eine falsche Vorstellung davon haben, wie so ein Bullrun überhaupt abläuft. Dazu hat Plan B gestern auf X einen ziemlich guten Post rausgehauen. Im Januar 2023 stand Bitcoin bei 17.000 Dollar und um Oktober 2024 haben wir dann das erste Top bei 61k erreicht. 91 Wochen, aber der ganze 400%-Anstieg fand eigentlich in nur 10 Wochen statt. Auf dem Chart, den er dazu gepackt hat, ist das Ganze ziemlich gut zu erkennen. Alle Wochen, in denen es erheblich nach oben ging, sind markiert. Und wie ihr seht, waren es im gesamten Bullrun wirklich nur 10 Pumps, die uns dann im Endeffekt von 17 auf 61k gebracht haben. Krass, das mal so zu sehen, oder? Denn auch wenn man wie ich schon mehrere Zyklen hinter sich gebracht hat, fehlt man nach einer gewissen Zeit irgendwie das Bewusstsein dafür. Die ganze Magie passierte nur wenigen Wochen oder Tagen und der Rest ist langweilig, zäh und man muss viel Geduld mitbringen. Tja, so ist es eben, Leute. Es hat nie jemand gesagt, dass Hoddeln einfach und entspannt ist, sondern man braucht eben einfach eine tiefe Überzeugung, Diamanthände und vor allem einen wirklich langen Atem. Naja, aber ich denke, dass die von euch, die die lange Seitwärtsphase, in der wir mittlerweile seit über sieben Monaten stecken, bis jetzt durchgehalten haben, auf jeden Fall das nötige Mindset mitbringen und dass wir bald über alle Maßen für unsere Geduld belohnt werden. Zurzeit tut sich nämlich wirklich so einiges, vor allem bei MicroStrategy, dem Unternehmen von Michael Saylor. Deren Aktie ist in den letzten Tagen und Wochen förmlich durch die Decke gegangen und hat das geschafft, auf das wir als traditionelle Bitcoin-Holder noch warten. Ein neues Allzeithoch. Die Bitcoin-Strategie, die wohl niemand so aggressiv fährt wie Saylor, scheint also gefruchtet zu haben. Anleger feiern das, was er tut und stürzen sich gerade wie verrückt auf die Anteile der Firma. MicroStrategy besitzt mittlerweile über 250.000 Bitcoin, die Stand heute einen Wert von 15 Milliarden Dollar haben. Investiert hat man aber insgesamt nur 9 Milliarden. Man sitzt also auf einem massiven Gewinn und das, obwohl der Bullrun noch nicht einmal richtig gestartet ist. Spannend wird also, wie das Ganze Ende nächstes Jahr aussehen wird. Naja, auf jeden Fall bleibt der Erfolg des Unternehmens nicht unentdeckt, sondern im Gegenteil. Die Strategie, sich sogar zu verschulden, um Bitcoin zu akkumulieren, macht so langsam wirklich die Runde. Gerade heute hat die Firma MetaPlanet, die mittlerweile schon als das MicroStrategy Japans bezeichnet wird, auch wieder über 100 Bitcoin akkumuliert. Und diese Nachricht kommt rein, nachdem man letzte Woche, als der Kurs kurz unter 60k gefallen ist, schon den Dip gekauft und ordentlich zugeschlagen hat. Insgesamt hält MetaPlanet mittlerweile 855 BTC im Wert von über 56 Millionen Dollar, Tendenz steigend. Denn auch hier werden die Käufe immer aggressiver und erfolgen in immer kürzeren Zeitabständen. Es wird also wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis auch hier über 1000 Bitcoin auf der Bilanz stehen. Sale hat anscheinend eine Welle losgetreten, die jetzt nicht mehr zu stoppen ist. Immer mehr Unternehmen springen auf den Zug auf und mittlerweile ist das Ganze sogar nach Deutschland übergeschwappt. Die an der Börse Düsseldorf gelistete Firma Samara Asset Group hat gerade verkündet, dass sie Anleihen im Wert von 33 Millionen Dollar herausgeben will, um ihren Bitcoin-Stack, der im Moment aus 421 Coins besteht, weiter auszubauen. Und echt interessant ist das, was der CEO des Unternehmens dazu gesagt hat. Lowry verwies auf die aggressive Bitcoin-Akquisitionsstrategie von MicroStrategy als Vorbild für Samara und äußerte seinen Wunsch, eine ähnliche Menge an Bitcoins anzuhäufen, wie das von Michael Saylor geführte Unternehmen. Er bemerkte, dass es für Samara ein Traum wäre, seine Bitcoin-Reserven auf dieses Niveau aufzubauen. Tja, ob das noch möglich sein wird, mehr als fraglich. Aber das Wichtigste ist ja, dass man das zum Ziel hat und dass auch hier die Bitcoin-Käufe mit Sicherheit nicht abreißen werden. Tja, das, was ich schon seit längerem prophezeie, scheint also langsam aber sicher Realität zu werden. Immer mehr große Firmen sehen, wie erfolgreich Saylor mit seiner Bitcoin-Strategie ist. Und jeder einzelne von ihnen wird wiederum eine Signalwirkung auf andere haben. Ich denke also, dass wir in nächster Zeit, vor allem wenn wir es bald schaffen sollten, aus der Seitwärtsphase auszubrechen und wieder neue Allzeithochs zu markieren, eine echte institutionelle FOMO-Welle sehen könnten. Ja, ich denke, man kann es so sagen. Im Moment sieht es wirklich mal wieder mehr als bullisch aus. Und diesen Trend bestätigen auch die ETFs. Dort gab es nämlich gestern mit insgesamt 8.400 Bitcoin den größten 24-Stunden-Zufluss seit Anfang Juni. Und auch hier ein neues Allzeithoch. Alle amerikanischen ETFs zusammengerechnet halten jetzt nämlich zum ersten Mal über 320.000 Bitcoin. Die Stimmung bei den Investoren scheint also gerade endlich mal wieder ins Positive zu drehen. Kein Wunder bei den ganzen bullischen News, die uns gerade förmlich überschwemmen. Und es geht sogar noch weiter. Die wahrscheinlich wichtigsten Nachrichten, die uns schon bald zu einem massiven Ausbruch nach oben verheffen könnten, kommen nämlich wieder mal nicht aus den USA oder aus Europa, sondern von der anderen Seite der Welt, aus China. Tja, denn wie ihr ja wisst, laufen dort seit kurzem die Gelddrucker auf Vollgas. Bis zum Ende des Jahres will man Stimuluspakete von bis zu 284 Milliarden Dollar in die Märkte pumpen, um die schwächende Wirtschaft zu stützen und das 5% Wachstumsziel noch irgendwie zu erreichen. Naja, aber damit noch nicht genug. Jetzt hat nämlich eine der größten Nachrichtenagenturen Chinas berichtet, dass man wohl noch einen draufsetzen und in den nächsten drei Jahren weitere 6 Billionen Yuan, also 850 Milliarden Dollar an Schulden aufnehmen will. Tja, heftig, oder? Die Chinesen tun gerade wirklich alles, um die globale Liquidität auf neue Höhen zu treiben. Worüber wir als Bitcoiner natürlich froh sind. Denn je höher die Geldmenge und je größer die Entwertung der Fiat-Währungen, umso besser werden begrenzte Assets wie BTC performen. In meinen Augen stehen also alle Indikatoren auf grün. Zentralbanken rund um die Welt senken die Zinsen und drucken, was das Zeug hält. Die ETFs erwachen wieder zum Leben und brechen neue Rekorde. Immer mehr große Firmen armen Sailor nach und kaufen wie verrückt sogar mit geliehenem Geld Bitcoin. Und auch der Chart sieht so langsam wieder echt vielversprechend aus. Seit dem Absturz am 4. August, der durch die Zinserhöhung der Japaner zustande kam, haben wir zwei höhere Hochs und zwei höhere Tiefs gesehen. Und jetzt gerade sieht es so aus, als könnten wir das dritte höhere Hoch formen. Was dann wirklich darauf hindeuten würde, dass der Trend gebrochen ist und ein Ausbruch aus der 10-Seitwärts-Phase, der uns dann endlich ein neues Allzeithoch bescheren könnte, kurz bevor steht. Die Chancen, dass der Oktober uns doch noch happy machen wird, sind zur Zeit also ziemlich hoch. Auch wenn viele nicht mehr daran glauben, dass wir dieses Jahr noch einen ordentlichen Run auf 80, 90 oder sogar 100k sehen werden, ist es dennoch möglich und es wäre auch nicht das erste Mal, dass Bitcoin in einem Halvingjahr im vierten Quartal so eine starke Performance an den Tag legt. Wie man auf dieser Grafik sehen kann, sind die letzten drei Monate eines Jahres bei Bitcoin immer für Überraschungen gut. Im letzten Halvingjahr 2020 ging es im vierten Quartal um 168% nach oben, 2016 um 58, letztes Jahr 56 und 2017 explodierte der Kurs sogar um unglaubliche 215%. Ob sowas diesmal auch wieder möglich ist, weiß ich nicht, aber ich will eigentlich auch nur aufzeigen, dass es durchaus machbar wäre und für Bitcoin auch die 100k-Marke noch in diesem Jahr eigentlich kein großes Problem darstellen würde. Wie am Anfang des Videos schon gesagt, passiert der eigentliche Bullrun bei Bitcoin immer in ziemlich kurzen Zeiträumen. Die meiste Zeit ist es ruhig, aber dann geht es plötzlich richtig ab und wir knacken eine Allzeit hoch nach dem nächsten. Aber naja, was sagt ihr dazu? Seid ihr genauso bullisch wie ich und denkt, dass das vierte Quartal noch zeigen wird, was es drauf hat? Oder seid ihr eher bärisch eingestellt und denkt, dass dieses Jahr nicht mehr viel passiert? Schreibt mir eure Einschätzung gerne mal unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie ihr die Lage einschätzt. Ansonsten solltest du, wenn dir das Video gefallen hat, und du auch in Zukunft solche Analysen und viele weitere spannende Hintergründe zu Bitcoin sehen willst, jetzt noch schnell den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dass du nichts mehr Spannendes verpasst und vor allem beim nächsten Video unbedingt auch wieder einschalten. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns.